Was ist los? Es brennt. Ich bereite Sie jetzt für die Evakuierung vor. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin fast fertig und bringe Sie jetzt an einen sicheren Ort. Ich ziehe Sie jetzt vom Bett runter. Und los geht's. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig.